Hey Leute! Ha! Ich habe euch nass gemacht. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel, ne? Ich meine, das Wetter ist sowas von schön. Okie lokie Leute, es geht weiter mit Super Mario Sunshine. Ich möchte euch ganz kurz etwas zeigen. Falls der eine oder andere Warn-Up-Pilze dringend benötigt, gibt es hier einen versteckten Warn-Up-Pilz. Den holen wir uns direkt ab. Muss sein. Ich meine, ich habe jetzt insgesamt 5 Versuche. Aber für mich ist das relativ zu wenig. Ich bin jetzt nur auf dieses Spiel bezogen. Hin und wieder gibt es Challenges. Ja, für die brauche ich halt etwas länger, wa? Ok, bevor wir mit der zweiten Welt weitermachen, würde ich mir noch sehr gerne mindestens zwei blaue Münzen hier abholen. Ich meine, dies ist ja die Oberwelt und hier gibt es auch nochmal so einiges zu tun. Am besten checken wir kurz den Untergrund ab. Ein Augenblick. Ich glaube, ich sollte doch den anderen Weg nehmen. Genau von hier, oder? Ja doch, oder? Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ah, ok, alles klar. Ich muss mal am besten hier hin. Genau da wollte ich hin. Genau da wollte ich hin. Ok, ich schwirre mal ein bisschen schneller. Ah, wir hören da gerade einen Shine-Sprite, aber höchstwahrscheinlich haben wir den schon. Ok, hier gibt es zwei Damen, denen man helfen kann. Hier haben wir zum Beispiel Ananas. Und genau diese Person bittet uns um Obst und da in den Korb muss das Ganze einmal rein. Nein, hör auf! Und auf der anderen Seite, ja, das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Wobei, vielleicht habt ihr sie gerade gesehen. Dort kann man ebenfalls so ein Minispiel wahrnehmen. Aber darum kümmern wir uns in den nächsten Parts. Erstmal holen wir uns auf ganz entspannt eine entspannte blaue Münze. Dafür müssen wir hier einmal abbiegen. Uh, was ist denn das? Hallo, was ist denn hier los? Ich stehe da nur. Hä? Ich stehe hier und alles wird weiß? Fragezeichen. Was bedeutet das? Hä? Was bedeuten diese Fragezeichen? Hier sind ganz normale Münzen. Ok, so, wo waren nochmal die blauen Münzen? Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass ich hier auf dem falschen Weg bin. Oder auch nicht. Nice. Die 36. blaue Münze. Dann können wir weitermachen. Und jetzt sollten wir nach einem blauen, ey Mario, nach einem blauen Vogel suchen. Ich meine, wenn man hier die blauen Vogel, äh, Vögel in der Oberwelt angreift, beziehungsweise sie hier bespritzt mit Water, dann bekommt man dafür eine blaue Münze. Ok, aber man muss halt aufpassen, ne? Man darf die Vögel nicht verscheuchen. Hier ist ein grüner Vogel. Da ist ein... Halt, was? Hä? Hä, was ist denn mit dem da? Hä? Das muss ich kurz abchecken, Leute. Was hat der denn da? Hä? Spielt der hier ein auf... Ich bin der Superheld, oder was? Hey, warum brennt... Bei dir brennt es, Kollege? Ach, du brauchst Hilfe. Sag das doch gleich. Was habe ich jetzt gecheckt? Oh, Kollege, bleib mal stehen. Dame, was ist denn da los? Hä, wie jetzt? Ich kann das Feuer nicht löschen? Das gibt's doch nicht. Hä? Das gibt's nicht. Man kann das Feuer höchstwahrscheinlich löschen. Kannst du mir doch nicht sagen, dass ich das Feuer nicht löschen kann? Ja, ich muss ihn auch treffen. Wo ziehst du hin, Junge? Ja, das Feuer ist doch schon weg. Ah, okay, doch. Das war richtig. Ich dachte schon, was ist hier los, ey? Der arme Kollege, ey. Ich dachte, er hat eine neue Düse am Start. Aber nein. Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Och, wie korrekt. Wie korrekt. Dafür bekommt man ja auch eine blaue Münze. Ja, das ist lieb, ne? Das ist lieb. Oh, was ist denn bei dir los? Lachst du oder bist du besorgt? Oh, was ist denn los? Das ist schrecklich. Prinzessin Peach wurde gekidnett. Ach, das wissen wir doch schon. Ist hier vielleicht irgendetwas, was wir übersehen haben? Ah, ich wollte hier die Schwebedüse benutzen. Und let's go. Oh, da kommt schon. Komm, komm, jawohl. So, ich brauche dringend einen blauen Vogel. Das kann es doch nicht sein. Ich möchte jetzt auch nicht allzu viel Zeit verschwenden, um so einen blauen Vogel zu finden. Aber ein bisschen Zeit muss man schon investieren, so wie es aussieht. Mann, 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 Mann. Überall nur grüne Vögel. Blauer Vogel. Wo bist du? Wo bist du? Äh, das gibt's nicht. Ich glaube, ich muss weitersuchen. Ich glaube, ich gehe mal hier rauf. Das sind grüne Vögel. Aber da müsste doch hier auch rein theoretisch irgendwann mal ein blauer Vogel erscheinen. Oh, das sieht ziemlich dreckig aus dort. Und da ist ein rotes Rohr. Nice. Ich finde das cool, dass wir hin und wieder mal die Oberwelt abchecken und immer wieder neue Sachen entdecken. Die Glocke ist aufgeschmiert. Ey, das gibt's doch nicht. Wo ist denn hier bitte schön ein blauer Vogel? Oder vielleicht ist das gar nicht der richtige Ort dafür. Da ist ein blauer Vogel. Da. Nein, komm. Oh, nee. Da. Ich habe ihn ein paar Mal erwischt. Ich habe ihn ein paar Mal erwischt. So. Nochmal. Mann. Jetzt wisst ihr, warum ich kein Fortnite spiele. Ich bin nicht so gut im Ziel. Als ob ich den Vogel von hier aus treffe. Ja, ich habe ihn. Ja, ja. Da, da. Da, Leute. Da ist sie. Schnell, schnell, schnell. Das war aber ein Kampf, doch. Okay, das reicht. Ich habe doch die blaue Münze genommen, oder? Stand da eben 37? Ich dachte, wir haben schon 38. Okay. Dann habe ich mich wohl verkuckt. Ja, okay. Dann geht es weiter mit Portal. Die Euro, Leute. Let's go. Und die nächste Mission mit dem einen oder anderen ein wenig bekannt vorkommen. Portal die Euro. Kapitel 5. Riesen-Blubbers-Rückkehr. Uiuiui. Diesmal hat er mehr drauf. Wir müssen ihn wieder zweimal bekämpfen. Beim ersten Mal sieht das nur so aus. Und außerdem hat er seinen Ort gewechselt. Aber ist kein Problem, ist kein Problem. Gut, Leute. Ich würde vorschlagen, dass wir uns erstmal die Schwäbe-Düse holen. Äh, ich meine die Raketen-Düse. Ja, ich möchte mir noch mal hier gerne einige Münzen klar machen. Beziehungsweise blaue Münzen. Ich möchte hier mit den Palmas reden. Oh, sorry, Kumpel. Das wollte ich nicht. Ich schau mal, bis es strahlt, wie die Zähne meiner Freundin. Ehrlich gesagt hat mir das der Kapitän als Strafe aufgebrannt. Er hat mich beim Müßig gehen erwischt. Ja, du. Das kann hin und wieder mal vorkommen, ne? Bitte nicht mehr bemühe. Oh, dieser Käfer regt mich auf. Hey, der chillt da oben immer. Ich versuche ihn immer nass zu machen, aber das bringt nichts. Aber du musst ihn auch drücken. Schaut euch das an. Ah, ne, das ist kein Käfer. Ich glaube, das ist eine Spinne. Das bringt eiskalt nichts. Du kannst die Spinne angreifen, so oft du willst, mit Wasser. Bringt einfach nichts. Achso, ich wollte die Schwebelüse hier aktivieren. Genau. Genau, raus hier. Oh nein, aufpassen. Piranha. Fische. Komm jetzt. So, okay. Hier waren wir auch schon. Ist das X immer noch hier? Ne, das X sollte jetzt auf der anderen Seite sein. Und dieses X hatten wir uns ja schon gekümmert gehabt, ja. Okay, gut zu wissen. Ich muss ein bisschen an meiner Geschwindigkeit arbeiten. Ne, ich muss das bisschen anders machen. Ja, genau. Das könnte was werden. Das könnte was werden. So, ich brauche einmal die Raketendüse, bitte. Ja, ich hätte vielleicht auch den Untergrund benutzen sollen. So wären wir schneller unterwegs. Wobei, warum komme ich denn hier hin? Von hier aus ist es doch schwieriger, an die Raketendüse ranzukommen. Viel schwieriger. Aber machbar ist das schon. So ist das nicht. Ich meine, wir haben ja noch die Schwebelüse am Start. Daher ist eigentlich alles okay. Ja, wie ich mir immer in den Spielen so viele Gedanken mache. Aber bei mir läuft hin und wieder mal etwas schief, ohne dass ich es ahne. So wie jetzt. Oh, was haben wir denn da? Die Raketendüse. Braah. Ups, das wollte ich nicht. Nein, ich möchte noch nicht hier gegen... Nein, raus hier. Ich möchte noch nicht gegen Riesenplopper kämpfen. Ich wollte mir noch sehr gerne ein, zwei blaue Münzen da machen. Die mir schon im letzten Part aufgefallen sind. Jedoch hatte ich es nicht so drauf gehabt. Mal gucken, ob sich jetzt was getan hat. Okay, genau in diese Richtung müssen wir. Aber ich glaube, die Münzen hole ich mir kurz einmal zur Sicherheit. Falls mich irgendjemand ganz eklig erwischt. Pintenfisch zum Beispiel. Ach, wartet mal. Die Münzen unter Wasser. Komm hoch. Ach so, die Münzen unter Wasser haben jetzt keinen Einfluss auf die Kraftpunkte, sondern nur auf den Sauerstoffgehalt. Okay, das finde ich irgendwie logisch. Habe ich das gerade echt gesagt? Ja, habe ich. Ach ja, genau. Um diesen Kollegen können wir uns auch kurz kümmern. Bin ich hier jetzt? Ja, ne? Und von ihm sollten wir eine blaue Münze bekommen. Es sei denn, wir haben uns um ihn schon gekümmert. Hä? Da ist sie. Da ist die blaue Münze. Und genau, ich muss hier raus. Hallo? Ne, ne? Die blaue Münze ist noch da. Ach so, ich sollte mal stampfen, genau. Nein, Mann. Lass dich fallen, lass dich fallen, lass dich fallen. Blaue Münze, bist du noch da? Ne, ne? Die ist noch nicht weg. Das wäre echt heftig, wenn die blaue Münze auch nochmal so verschwendet. Na gut. Ja, warum nicht, Leute? Wo wir schon mal hier sind, können wir uns auch nochmal um diese blaue Münze kümmern. Schadet nicht. Mario stampft original. Einen Augenblick. Genau. Ich habe den falschen Kampf gedrückt. So, da will ich einmal gerne rauf. Ja, genau. So, jetzt schön umsehen. Da oben sollten doch nochmal blaue Münzen sein, wenn ich mich zu Recht erinnere. Irgendwo hier, auf diesem Fleck. Ah, wo waren sie nochmal? Ah, da ist eine. Okay, genau. Okay, dann mache ich folgendes. Okay, nochmal. Jetzt kann ich da rauf? Schaffe ich das? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns erstmal diese blaue Münze abholen. Ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Ah, ich meine, wir sind jetzt so weit gekommen. Warum können wir uns das kaputt machen, ne? 39 blaue Münzen. Blaue Münze ist genau vor mir. Okay, alles klar. Oh nein, diese Wolke hat mich irritiert. Hat sie mich gerade im Visier? Nein. 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 Ja, jetzt ist die Frage, wie ich da oben ankomme. Diese blaue Münze würde ich auch nochmal gerne mitnehmen. Ja, also, leicht ist das nicht unbedingt. Nein, ich war so schön da drauf. Wie auch immer. Oh, komm jetzt. Du musst doch ein bisschen besser teilen, ne? Ist das nicht genau. Ja, 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 ja. Genau drauf da. Hör doch jetzt auf. Ja, 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 ja. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Nein, 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 noch nicht. Noch nicht. Jetzt. Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Oh, super. Super, super, super. Super. Da machen wir weiter, Leute. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir uns noch um eine einzige blaue Münze jetzt vor der Mission kümmern. Ah, das ist auch relativ einfach. Also, die blaue Münze, die ich euch jetzt zeige, zu bekomme. Da wir die Raketendüse haben. Okay, ich mache mal hier ein bisschen Wasser. Dann kann ich ein bisschen schneller unterwegs sein. Das ist so cool, ey. Oh, yeah. Und stopp. Genau da. Oder war das hier? Irgendwo hier sollte ein M sein. Ein Augenblick. Ich glaube, das war da. Ich gucke mir das mal kurz an. Nein. Einmal die Raketendüse benutzen, bitte. Ah, okay. So komme ich da nicht an. Kein Problem. Mario, ich weiß Bescheid. Mach dir keine Sorgen. Oh, auf da. Sehr gut. Oh, war das hier? Irgendwo hier sollte ein M sein, Leute. Ich glaube, da war das sogar. Okay, alles klar. Dann mache ich jetzt Folgendes. Nein. Nein. Das war unnötig. Das war unnötig. Ich weiß. Ich weiß. Aber diese Welt ist, ja. Zwar klein, aber hier ist auf jeden Fall sehr viel los. Oh, schaut euch mal da das grüne Rohr an. Habt ihr das gesehen? Was gibt es dort wohl? Ja, wir haben es geschafft. Genau, das meinte ich, liebe Leute. Ey, ey, ey. Okay, genau. Darum kommen wir uns jetzt auf die Schnellewelle. Ich sollte ein bisschen abschlagen. Äh, Abstand nehmen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Oh, yeah. Eine weitere blaue Münze. Fortfahren. So, jetzt gibt es Saures. Jetzt gibt es Saures, Kollege. Riesenplopper. I am on my way. Und ich habe dich schon gesehen. So, schnell, 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 schnell. Ich möchte keine Zeit mehr verlieren. Eigentlich wollte ich, ja, in diesem Part drei Missionen wahrnehmen. Aber ich glaube, die dritte nehme ich doch im nächsten Part als wahr. Nein. Ja gut. Ich glaube, die dritte Mission werde ich doch erst im nächsten Part wahrnehmen. Dann müssen wir wieder gegen Mario Morgana kämpfen. Und ich glaube, den Kampf gegen Mario Morgana, den sollte ich mir in Ruhe antun. Am besten vielleicht sogar am Anfang des Parts. Weil ich weiß jetzt nicht, wie lange ich dafür brauchen werde. So, schaut euch das an. Er hat neue Techniken am Start. Beziehungsweise eine neue Technik. Im Karussell, kommen Sie rein, aber berühren Sie mich nicht. So, wie weiß ich, wenn ich ihn sauber mache? Spring Mario, genau, genau. So, zieh. Ah, okay, stimmt, sauber machen. Ich habe es doch gerade gesagt. Ich habe es doch gerade gesagt. Ich habe es doch gerade gesagt. Sauber machen, sauber machen, sauber machen. Spring. Sauber machen, sauber machen. Oh, zieh. Oh, ja. Nein, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. So, jetzt geht es los hier. Der Kollege dreht jetzt ordentlich durch. Macht erstmal alles hier dreckig. Aber wir machen alles wieder sauber. Ja, schön gesprungen, Mario. Nochmal. 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 Ah, das belegt dich. Aufpassen. Aufpassen. Ich muss noch einen Tentakel erwischen. Wobei, ich nehme diesen Tentakel mit. Stellt euch mal vor. Dein abgerissenes Tentakel kann uns auch noch angreifen. Oh, das wird glaube ich nichts. Oh, ich habe nicht mehr so viel Energie. Ist mir gerade aufgefallen. Oh, oh. Ich habe nicht mehr so viel Energie. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Greif mich doch an. Hey. Ich möchte, dass du mich angreifst. Angreifst. Hast du mich verstanden? Jetzt. Mann. Da war doch die Chance, Junge. Nein. Der macht nichts. Das Ding ist, sobald ich an seinen Mund ziehe, greift er mich an. Bei, das könnte was werden. Ja, das sieht gut aus. Oh. Richtig knapp, ey. Wieder so eine richtig knappe Aktion. So wie im letzten Kampf hat er mich, glaube ich, fast berührt gehabt. Am Ende. Oh. Shiny, miny. Oh, wir haben nur noch einen Energiestreifen gehabt. Okidoki. Dann hätten wir einen weiteren Shine Sprite. Wie viel denn? Kann mir das Spiel dann mal bitte an uns zeigen, bitte, wie viele Shine Sprites habe ich? Hallo. Ich will jetzt nicht auf den Startknopf drücken, weil bei mir bugt das dann. Beziehungsweise, wenn ich auf den Selectknopf drücke. Na gut. Dann machen wir das anders. Ja, ok. Um eine Mission kümmern wir uns noch. Diese Mission wird jetzt auch nicht unbedingt easy. Rote Münzen Wasser Rally. Umso mehr bin ich glücklicher gerade darüber, dass wir am Anfang des Parts uns erstmal einen One-Up-Pilz besorgt haben. Ja, wir müssen wieder hier surfen, Leute. Dieses Mal haben wir mehrere Blobber zur Verfügung. Wir müssen in dem Bereich, wo wir uns beim letzten Mal aufgehalten hatten, als wir zur Challenge gesurft sind. In dieser Welt. Genau in diesem Bereich müssen wir halt surfen und innerhalb von zwei Minuten war das, glaube ich. Acht Münzen einsammeln. Ich bin der Blobber Surfguru. Spitzname Optimax. Optimax. Ok. Genau. Ich soll also den Schalter dort drüben aktivieren. Ah, ok. Alles klar. Dann mache ich das mal kurz. Und dann geht es auch direkt los. Ah ja. Ich habe mich gar nicht für einen Blobber entschieden. Sammeln acht rote Münzen, ehe die Zeit abgelaufen ist. Ja, also wir haben ja neulich die Erfahrung gemacht, dass man mit dem rosanen Blobber ziemlich schnell unterwegs ist. Mit dem gelben mittelmäßig und mit dem grünen langsam. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts durcheinander gebracht. Und ich würde tatsächlich erstmal den grünen Blobber benutzen. Weil mir das bisschen leichter fällt. Beziehungsweise ich finde das gerade ein bisschen sicherer. Ok, da ist schon mal die erste roten Münze. Ah man, wie kann man an der dritten roten Münze vorbeifahren? Ja, wir dürfen halt uns nicht berühren lassen. Beziehungsweise wir dürfen hier nichts berühren. Und das war's das. Einfach hinter den Münzen her. Habt ihr das gerade bemerkt? Seitdem Riesen-Blobber weg ist, ist hier auch diese Fläche ziemlich sauber. Ok, Hälfte haben wir schon mal erreicht. Wir haben noch gute Zeit. Hinter den Münzen einfach her. Da ist eine weitere rote Münze. Da müssen wir einmal jumpen rechtzeitig. Ok. Oh, Hilfe! Ok. Da ist eine weitere rote Münze. Okay, gut. Ich hab's noch geschafft. So, und hier zwischen war auch noch mal eine rote Münze auf. Richtig frech. Da ist eine. Ja, genau. Das war auch die, die ich vorhin verpasst hab. Stimmt. Ok, ansonsten sollten wir jetzt wissen, wie wir die letzten roten Münzen finden. Hier ist eine. Und die letzte ist hier zwischen den Booten richtig dreist versteckt. Da. Oh, oh, oh. Nice. Gut. Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass das so schnell gehen wird. Aber erstmal muss ich hier rauskommen. Wir sind hier noch im Rennen. La, 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 la. Naja, was heißt im Rennen, aber ich muss mich hier vom Plopper treiben. Nein, Mann! Willst du mich aufregen? Ich bin jetzt in Schein-Spray. Hallo? Hallo? Warte mal. Meinst du das jetzt ernst? Muss ich unbedingt mit Plopper in den Schein-Spray reinspringen? Dann mach ich das. Oder auch nicht? Das gibt's nicht. Ich glaub, ich hab hier irgendwas falsch verstanden. Na, okay. Ah, gut. Das war der 20. Schein-Spray. Na, immerhin. Somit haben wir ein Sechstel in der Tasche. Ja, ich meine 120 Schein-Spray. Sag's mal 20. 120. Okay. Fortfahren. Ja, gut, Leute. Ich würde vorschlagen, dass wir diesen Part etwas kürzer halten als den letzten Part. Im nächsten Part kümmern wir uns dann um Mario Morgana und ich würde auch vorschlagen, dass wir auch direkt mit dieser Welt, also mit Porto, die Oro abschließen und auch mit der nächsten Welt, mit der dritten Welt beginnen. Kurznachrichten. Ein seltsamer Lichtkegel ist im Gebiet der Docks aufgetaucht. Die dortige Bevölkerung schaut neugierig gegen Himmel. Okay, ich bin schon ziemlich gespannt, was da los ist. Ich würde vorschlagen, dass wir uns das demnächst anschauen, Danke, dass ihr da wart, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht es gut und tschüssi Leute.